Fortnite, und zwar der heißt Resul Tarek lacht Und folgt den und abonniert den Mich auch jedenfalls Doch jetzt Digga, aber wieso dauert das? Leute, falls es abbricht Also wenn jetzt der Live-Dream abbricht Dann ist wegen der WLAN schuld Dann bring ich vielleicht nachher die Pläne schon unten Ja Jetzt machen wir Jetzt rasieren wir alles Gerade haben wir verkackt leider Wirklich? Komm, Junge, komm Komm, komm Oh, Schia Digga, das Da oben sieht geil aus, glaube ich auch Die haben geile Skins Allemann auch, okay Allemann auch, okay Allemann auch, kannst du dir Ich Ich bin Digi Chani 2.0 Lass mal die Lass mal die Lass mal diesmal bei Lilitauers gehen, okay, Junge Ich scheiß drauf, Junge Scheiß drauf Hauptsache, denn wir spielen Danach ich gegen dich Danach ich gegen dich Nein, Digga Hauptsache, das Spiel, Digga Was ist los? Ja, ne? Dingchen Gar keiner guckt uns zu, Lo Ey, hier sind viele Gegner Scheiße, Digga Warte Ja, Digga Ich hab ein Kind Ich bin fast tot Fakt, Digga Fakt, Digga Hilf mir, bitte Aber Wallah, ich hab ein Kill Hol mich, ey Kann ich mich holen? Na ja Aber ich hab ein Kill, ne? Ich hab, ich hab fast ein Kill Aber da oben Warte mal Warte mal Ey, die sind beide im Team, Digga Die sind beide im Team Aber da Ich hab ihnen ein Headshot gegeben, ne? Und der geht unten Und er hat sich dann umgebracht fast Ich will auf einmal schießen Auf einmal kommt Auf sein, also sein Team kommt Und tötet mich Gibt mir auch einen Headshot Die kleine Missgeburt Ja, warte Digga hat keiner guckt uns zu Ich hab mein Kopf für uns so Nicht zu laut eigentlich Ich weiß wie so Ich will bei mir Diesmal Junge, bei mir ist das auch nicht so Wir waren immer bei dir jetzt bei mir Nein, warst du nicht Nein, warst du nicht? Wir waren bei dir, Junge Ja, 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 lüg nicht Ja, okay, ist bei mir, ne? Halt, komm, du Loser, Halt Weil bei dir gehen wir fast immer Hey, Junge, ich kann nicht rauf gehen Lade mir jetzt Lade mir jetzt Mo, jetzt, 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 jetzt Ka, wäts Bye, bye Bye, bye Beleid Hä, was habt ihr hier gemacht, Digga? Äh, ja, ich hab dazu Facebook Ja, weiß ich, weiß ich, das meinst ich auch Ich hab grad Facebook Digga, Mannach Das will ich nicht haben, du holen soll Waffen Waffen Ich brauch jetzt mal gute Waffen, ne? Wisst Bescheid 1K Und einmal sowas Und einmal ein Sniper Tja, ne? Ich glaub Mehr brauch ich nichts Ja Ja, ich brauch gar nichts, Polly Und du? What the fuck, man? How to live I can play Bruh Hier wieder, ich bin tot Komm, geh jetzt woanders hin, Junge Kann ich dich abschießen? Warte mal, soll ich versuchen? 1, 2, 3 Digi-Chan, Kung Fu Ja Wega Wieso guckt uns gar keiner zu, obwohl ich 3 Abonnenten hab Komm ihr jetzt, hallo, meine Abonnenten warten bis wir jetzt starten Das ist mein Schliego Da zählt nicht, Junge, ich bin nicht so wie du Komm jetzt Okay Hast du überhaupt gemacht, dass wir jetzt spielen können? Also ich gegen dich Also ich gegen dich Ja, okay, warte Ja, Junge Oh fuck Oh fuck Warte Warte Ach so, wir sind Wir sind noch ein Team, ne? Sofort? Ey, ich glaub nimmer das ist hier rein, ne? Ne, nur wir, nur wir Ich hab gedacht, ich geh jetzt nimmer Lack Guck zu alter, was mit den los? Und um, ich brich das Ich brich das Video gleich ab, Digga, Guck zu Ja, scheiß drauf kommen, ich bin so lange gebiss Ich mach das In der Arsch der Welt Die Welt Die Welt Purple du lag und da kommt ja scheiß auf jetzt komm jetzt ja okay ohne fliegen diesmal ja warte mal warte ich bin noch nicht fertig ich wollte was sie gerade etwas anderes brauchen jetzt können wir die ja ich wollte nur hier oben mit deinem jetzt komm jetzt ich stehe auch glaube ich aaa 3 wo dann das ganz schön jetzt ich weiß ich kann ich kann ich kann mir es ich kann es Okay. er kann zu machen dass wir immer noch unter sachen aber auch wenn ich sterben weil ich ja keinen bock dass dann wieder da unten zu kommen zu dauert dann wo sind die jetzt da herr junger muss man es kann da nehmen Mein Pampka, mein Pumpka, meinte ich. Äh, Digga, ich hab jetzt wieder verkackt. Hast du das eingestellt? Äh, Digga, es war richtig gerade. Hast du da nicht jetzt? Ich guck mal, ne, Digga, soll ich abbrechen, gar keiner guckt zu. Ja, komm jetzt, Ingel. Wie viel noch? Okay, komm einfach, scheiß drauf. Fertig. Hast du das gemacht oder nicht? Nee, nee. Ey, du hast gesagt, das darf man nicht. Ich guck mal, ich guck mal. Warte mal. Okay, schieß noch nicht. Hey, ich guck mal, ich guck mal. Ey, ich guck mal. Ich bin 30. Ja, mach halt. Du bist hier oder da? Ja, ich habe aus Versehen zweimal X gemacht. Oh, Junge, wie viel hast du, zwei, ne? Ein. Eigentlich hätte ich jetzt dich radiert, weil du eigentlich weniger Leben hattest. Hä, wo bist du jetzt? Ja, da. Das war meine, das, 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 das. Hä, wo bist du überhaupt? Hä, wo rum? Ja, da. Irgendwo, du willst mich verarschen? Ach da. Ja, mach mal dein Leben jetzt. Ich habe aus Versehen zweimal X gemacht, weil ich spring manchmal wegen, ey. Ey, kann ich mir eine andere Waffe machen, oder? Ne, ne, besser. Du hast Jünger zu Leben gemacht, oder was? Ja, 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 kein Schill. Weil du hattest doch danach ein Hedgefaus bekommen. Ja, Dekker. Dekker, kommst du zu, sprech einfach lieber ab, ne? Sprech ab. Ja, okay Leute, dann sehen wir uns heute oder morgen. Und zwar bis da.